Kapuki Kids Hallo, das ist mein Wochenendhaus. Hips, hips, lag ja das Schloss geöffnet. Mein Süßer, du hast ganz vergessen, dass im Kofferraum dein Kinderwagen liegt. Hopp, Kinderwagen. Lass uns eine Exkursion machen. Eine Ex-was? Kucku, Kucku, Kuckussion. Exkursion. Ich zeige dir, wo was ist. Und wo was wächst. Ja, Himbeere. Schau, das sind weiße Johannesbeeren. Wow. Lecker. Wow. Gibt es auch andere Johannesbeeren? Natürlich. Welche denn? Rote. Willst du? Ja. Außerdem gibt es noch schwarze Johannesbeeren. Lacki hat einen Apfel gewonnen. Hips, 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 hips. Ich muss daran schütteln. Hey, Lacki gegen den Apfelbaum. Hey Äpfel, wo bleibt ihr? Masha. 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 Lacki. Du hast eine Beule. Wir müssen den Notarzt rufen. Hallo Notarzt. Komm schnell. Wir sind im Wochenendhaus. Oh, der Notarzt kam ja schnell. Hurra. Wo ist die Beule? Hier, unterm Ohr. Schauen wir mal. Wir müssen das Fieber messen. Okay. Wapp. Hm. Ist in Ordnung. Tut weh? Alles klar. Du hast eine Beule. Du brauchst eine Salbe und ein Verband. Oh, puste mal bitte. So tut es nicht mal weh. Und jetzt ein Pflaster. Das ist ein Pflaster von? Elsa. Boah. Hehehe. Boah. Tut nicht mehr weh. Und ein Verband. Oh, was ist das? Eine Krankentrage. Los geht's. Mein Lacki ist schnell wieder gesund geworden. Und die Bären haben wir ganz vergessen. Wir sind sauer. Gleich kriegen wir Süße. Oh, was machst du denn da? Ein Brei aus Bären und Schlagsahne. Ein Brei aus Bären und Schlagsahne. Mh. Extra für den kleinen Lacki. Und für mich. Probier mal. Mh. Chef, du musst das probieren. Mh. Und jetzt Lucky. Mh, mh, mh. Richtig lecker. Gefällt mir. Und mir auch. Und euch? Ja. Aber hütet euch vor fallenden Äpfeln. Hehehe. Tschüss. Tschüss. Ui. Fall nicht.